Instagram. Wer nutzt Instagram? Sehr fleißig, dann brauche ich das nicht lange erklären. Bildbasierte App, funktioniert vom Smartphone. Zwei Millionen Nutzern in Österreich. Und Unternehmen haben gesagt, Instagram hat mir geholfen, meinen Umsatz zu steigern. 46% gaben an, dass Instagram hilft, das Geschäft erfolgreicher zu machen. Klar, das ist ein Kanal, wo ich Menschen erreichen kann. Nämlich im großen Stil. Und wir haben schon gesagt, sie müssen dort sein, wo ihre Kunden sind. Sonst werden sie bald keine Kunden mehr haben. Wie funktioniert das? Foto machen, aufhübschen, schönes Foto machen, posten. Das ist einmal Instagram innerhalb von 30 Kunden erklärt. Und relativ neu ist, und das ist gerade für den Handel relevant und interessant, dass Instagram Shopping jetzt nach und nach nach Österreich kommt. Was heißt das? Das heißt, dass Produkte auf Fotos bei Instagram markiert werden können, verlinkt werden können mit dem Webshop. Und sie können Produkte, die sie einfach beim Durchzeppen sehen und sagen, ha, das interessiert mich, das gefällt mir, mit wenigen Klicks direkt im Webshop bestellen. Oder eine Stufe geht es noch weiter, auf das gefreut mich dann nicht schon ganz besonders. Nämlich, dass sie dann irgendwann einmal innerhalb von Instagram, ohne dass sie die App verlassen müssen, das Produkt kaufen. Weil sie, wie bei Amazon, die Zahlungsquelle hinterlegt haben, ihre Adressdaten hinterlegt haben und mit einem Klick sagen, das möchte ich kaufen. Ja, super. Es ist ja gut, wenn man es uns einfach macht, oder? Weil nichts schlimmer, als wenn wir etwas kaufen wollen und sehr, sehr viele Hürden überspringen wollen. Also, Instagram Shopping wird ein ganz großes Ding. Das ist ja gut, wenn wir uns einfach machen.